Lasst mal den Boss jetzt legen, bitte. Lasst uns mal nicht spielen wie irgendwelche gehirnamputierten Schimpansen. Und lasst uns nicht mehr an irgendwelchen Mechaniken sterben, die, weiß ich nicht, rote Linien auf dem Boden sind oder so. Eins, zwei, davor. Linien zaubern. Eure Eitelkeit kostet euch alles. Eins, zwei, davor. Ads spielen. Linien zaubern. Verheeren kommt. Eins, zwei, davor. Bist drei, vier davor. Und die Spieler mit drei oder vier Stapel. Gelassenheit, bitte. Linien zaubern. Verheeren kommt. Bei den nächsten Nachtjägern bitte Aura Mastery. Und Damage langsam. Gesteht eure Schimpfen, bevor sie euch verschlingen. Linien zaubern. Macht die Ads weg. Eure Eitelkeit kostet euch alles. Drei, vier davor. Halt die Gruppen hoch. Schnell. Haut ihn in die Phase. Und Laufen. So, und jetzt schön konzentrieren, dass ihr allem ausweicht. Drei, vier, drei, zwei, eins. Drei, vier, drei, eins. Dina, schafft mir den Unrat aus den Augen. Schreit für mich. Weicht den Flächen aus. Passt mit dem Durchbohren auf. Alle Ads sind tot. Breche ich den Flächen nochmal aus. Wir gehen dann gleich wieder hierher zurück. Und zurück. Passt auf das Schwert auf. Oh, weicht den Linien schön aus. Schreit für mich. Weicht den Linien aus. Wir werden gemeinsam sterben. Und drüben Ads spielen. Treue Apostel, beseitig den Abschrauben. Schreit für mich. Schreit für mich. Flächen, wir werden rangezogen und drüben. Und ab in die Mitte. Passt auf mit dem Schwert. Ich werde euch niederstecken. Ich werde euch niederstecken. Kabale. Verschlägt diese Narren. Und Ads spielen. Ich werde euch niederstecken. Achtung, Massaker kommt gleich. Schön kuscheln, Tobi. Wir gehen gleich rüber. Achtung, Achtung, drüben, die Ads kaputt machen. Weicht dem Schwert anständig aus. Achtung, Flächen vom Ads kommen. Rüber, Achtung, drüben kommen Flächen vom Ads sehr wahrscheinlich. Und in die Mitte. Weicht dem Massaker aus. Schön. Sammelt euch. Den Boss an der Rand. Das Zeug hier hinten ablegen. Schön hier hinten ablegen. Kommt zurück. Und alle Token. Und KR. Knockback. Verheeren, Achtung. Rückstoß. Es kommen gleich Doppelkugeln. Legt ihr anständig ab den Boss an den Rand. Und alles so. Und alles so. Nicht die alten Neuen Ops über die alten. Nicht die Neuen Ops über die alten. Alles so. Egal ob. Alles so. Und Rückstoß kommt. Massaker kommt. Und Orbs kommen. Den Boss wieder an den Rand. Und Orbs so. Rückstoß kommt. Weg vom Boss. Schön die Kugeln hier hinten ablegen. Kugeln soaken. Achtung. Verheeren kommt auch gleich. Verheeren kommt. Und weg da. Rückstoß kommt. Ui. Kugeln anständig ablegen. Boss an den Rand. Da ist eine Kugel in der Sotsche drin. Rückstoß. Achtung. Holt mich Jomusch wieder. Und Jimbo wieder. Und Kugeln soaken. Alle Kugeln soaken. Achtung. Massaker. Die Kugel. Die Kugel. Genau. Rückstoß. Kugeln ablegen. Kugeln soaken. Die rechte Kugel. Da war noch einer drüber. Kugeln soaken. Eigene CDs ziehen, wenn ihr habt. Lasst den Boss da stehen. Knockback kommt. Er war durchziehen. 3, 2, 1. Verheeren kommt. Juket. Komm schon. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Aber das war toll. Dafür, dass alle gelebt haben. Ach, schnapp. Oh, boah. Man kann die letzte Phase Cleaner spielen, aber das war super. Also, das war... Oh, scheiß, Mann. Oh, das reutig. Puh. So close. Ich hätte ruhig mal früher was sagen können. Ja, wenn ich euch einfach beleidigen muss, dass das geht, sagt das gleich beim nächsten Mal.